Musik Die Verzahnung zwischen Universität und Gesellschaft und der Landeshauptstadt ist uns ein großes Anliegen. Musik Unter dem Oberbegriff Kiel Science City wird hier Großartiges entstehen. Natürlich gehört dazu auch die Mobilität. Und eine Velo-Route vom Herzen der Landeshauptstadt in das Herz der Universität ist damit das verbindende Element für alle Studierenden, für die Beschäftigten, für die Gesellschaft. Großartige Geschichte. Musik Zur Uni beziehungsweise bis zum Holzsteinstadion können wir dann auf einer wunderbaren, ich dachte immer noch auf die Ritten, Fahrradautobahn, aber das ist ja ein Widerspruch in Sicht, sondern aber eine wunderbare Premium-Route, die wir hier haben, die für Kiel seinesgleichen sucht und viele davon findet man in Deutschland auch. Musik Musik Also was kommt jetzt? Das heißt, eine weitere Verbesserung der Infrastruktur auch für Fahrradfahrer durch zusätzliche Fahrradstellplätze, durch Fahrradfahrerduschen, durch Elektrosäulen für E-Fahrräder, um insgesamt mehr Anreize fürs Fahrradfahren, auch für die Kolleginnen und Kollegen zu schaffen. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017